Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um Erdöl und Erdgas. Der Film gehört zur Reihe Kohlenwasserstoffe Teil 2. Als Vorkenntnisse solltest du das Video Kohlenwasserstoffe Teil 1 bereits gesehen haben. Das Ziel des Videos ist es, dir einen Überblick über die wichtigen Rohstoffe Erdöl und Erdgas sowie ihre Verwendung zu geben. Der Film besteht aus 8 Abschnitten. Erstens Entstehung, zweitens Zusammensetzung, drittens Eigenschaften, viertens Verwendung, fünftens Förderung, sechstens Reserven und Produzenten, siebtens Erdölverarbeitung und achtens Gefahren. Erstens Entstehung. Erdöl und Erdgas haben sich vor 20 bis 500 Millionen Jahren gebildet. Im Meer lebten viele Kleinstlebewesen, die abstarben. Die toten Lebewesen fielen auf den Meeresgrund. Sie wurden von Schlamm eingehüllt. Die Schlammschicht wurde von Sedimentgestein abgedeckt. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause. Zum Glück. Zum Glück.